Während ich die Partisanenaktionen gesehen habe, behauptete er, wobei der kein Nationalsozialist war, der sogar als Offizier, zwei Jahre später Offizier wurde nach der Offizierschule, weil ihn auch nicht ganz, wenn er nicht Suspekt war, sogar der sagt bis heute, er hat niemand was gesehen. Das ist schrecklich. Das ist der Million, so ein Totenberg, die heute überhaupt nie etwas gesehen haben.